Mal angenommen, Ihr Chef macht Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Ich gebe einmal im Monat einen Abendessen. Das nächste ist am Samstag. Hört sich gut an. Jeder von uns findet jemand Merkwürdigen und bringt ihn zum Dinner mit. Ihn habe ich voriges Jahr eingeladen. Sie laden Spinner zum Dinner ein, um Sie zu verarschen? Das ist echt eine kranke Nummer. Was ist so schlimm daran, über ein paar Idioten zu lachen? Manchmal muss man Rückgrat zeigen. Sind Sie verletzt? Nein! Ist das ein Porsche? Ich bin mal von einem Toyota angefahren worden, aber noch nie von einem Porsche. Ich treffe morgen ein paar Freunde zum Abendessen. Ehrlich? Das ist ja wunderbar. Ich gratuliere. Möchten Sie nicht auch kommen? Danke. Schön. Vom Regisseur von Meine Braut, Ihr Vater und ich. Steigt das Dinner jetzt oder nicht? Erst morgen. Ich wette, es ist heute. Und meine Frau, Ihre Schwiegereltern und ich. Um Himmels willen, Sie geben mir meine Adresse? Die Frau verfolgt mich seit zwei Jahren. Soll ich ihr sagen, sie soll nicht kommen? Ich bin ein umgezogenes Schulmädchen. Für ein Schulmädchen sind Sie aber ganz schön groß. Oh, ho, ho, ho. Auch das noch. In diesem Sommer. Wo sind Sie? Das Dinner fängt an. Teddy! Ja! Es gab ein kleines Problem. Zwei ungleiche Freunde. Hier ist das Papier! Oh! Ein verrücktes Abenteuer. Ladies and Gentlemen, es ist angerichtet. Willst du dir das echt antun? Dein Chef soll sehen, dass du mit einem richtigen Winner befreundet bist. Darf ich vorstellen, dass St. Louis und seine Frau da hier sind. Ihre Frau? Vorläufig noch. Nicht zu fassen. Ein Blinder, der fechten kann. Und der lang. Bewusstseinskontrolle. Das schaffe ich nie gegen die. Gucken Sie mir etwa in den Ausschnitt? Nein. Tim, sei ehrlich. Mach doch gar... Vergiss es. Dinner für Spinner. Hallo Tim. Wir haben die Handys vertauscht. Okay. Du kannst meine Nachrichten ja überhaupt nicht abhören. Du brauchst mein Passwort. Es ist P-A-S-S-W-O-R-T. Diese Nachricht kannst du ja auch nicht abhören. Demnächst im Kino.